Sie sehen los in der Nacht, denn da sind sie ganz groß. Sie tragen Maske, wir sind die groß. Die sind das Pyjama-Helden, die sind das Pyjama-Helden. Schön, dass du wieder eingestanden hast, zu einer neuen Folge hier in Minecraft. Heute geht's dran, dass wir ein Häuschen von den Superhelden bauen, und zwar von dem berühmten Catboy von den Pyjama-Helden. Ich würde sagen, Blöcke in die Hand, auf geht's! Für den Start holen wir uns dann erstmal ein bisschen geschnittene Sandstelle raus, davon nochmal den glatten Sandstein, da bitte nochmal die Stufen von. Dann holen wir uns noch polierte Granit-Treppen, denn davon nochmal die Stufen. Das gleiche Spiel nochmal mit Schwarzeichenholz-Treppen, da auch die Stufen von. Dann empfehle ich euch heute mal wieder türkises Glas und ein bisschen grauen Mettung. Zuallererst klären wir wie immer den Umfang von unserem Häuschen. Das hat eine Länge von um die 22 Blöcke und eine Breite von 17 Blöcke. Pi mal Daumen könnt ihr natürlich wie immer ein paar mehr Blöcke euch einfach Platz lassen, um euch vielleicht hinten noch einen Garten zu machen, oder natürlich noch eine Auffahrt. Wenn ihr euch eine Auffahrt macht, solltet ihr nach vorne so um die 12 Blöcke euch noch Platz lassen. Dann passt das eigentlich relativ gut zum Original. Ja, wir fangen dann erstmal an, unseren Grundriss zu machen. Dann nehmen wir einfach mal unsere geschnittenen Sandsteinblöcke und ziehen uns eine Länge von 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 Blöcke hier erstmal hin. Dann nehmen wir einmal unseren glatten Sandstein, setzen davon schräg einfach meinen hin und lassen dann zur Seite 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 Blöcke Platz. Ab den 10. und 11. setzen wir nochmal 2 hin. Neun Blöcke dazwischen aber auch Platz lassen. Soweit wir das haben, geht es jetzt einmal nach hinten und erweitern das noch um 1, 2, 3, 4, 5 Blöcke, so dass wir hier 6 Blöcke haben. Dann nehmen wir wieder unseren geschnittenen Sandstein, gehen wieder schräg einmal jetzt hier einmal nach innen und setzen nach hinten jetzt 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 8 Blöcke. Dann können wir einmal zur Seite gehen, brauchen jetzt erstmal nicht zählen, denn wir ziehen uns das so lange zur Seite weg, bis wir vorne miteinander auf der gleichen Länge abschneiden. Dann nehmen wir unseren geschnittenen Sandstein, ziehen ihn nochmal nach vorne und haben jetzt nochmal die schöne Aufgabe, auf unseren geschnittenen Sandstein noch eine zweite Reihe davon zu setzen. Soweit wir das getan haben, kommen wir jetzt nochmal zu unserem glatten Sandstein und können jetzt erstmal hier den vorderen Bereich auf insgesamt 5 Blöcke hochziehen. Das heißt, 4 Blöcke setzen wir noch auf, dass wir denn 5 haben. Soweit wir es hier vorne geschafft haben, können wir nochmal einmal die letzte Blockreihe miteinander hier nochmal verbinden und kommen wir jetzt erstmal dazu, unsere andere Hausseiten hier auch noch hochzuziehen. Wir fangen auf der Vorderseite an und können hier erstmal mit unserem glatten Sandstein noch weitere 5 Blöcke raufsetzen. Dann habe ich hier die zweite, dritte, vierte und dennoch die fünfte Ebene raufgesetzt. So, jetzt ziehen wir das auch gleich noch ein bisschen schon mal vor fürs Dach. Da setzen wir jetzt an sich eine weitere Reihe rauf, lassen an der Seite 1 Blöcke frei, erweitern das hier einfach um zwei Blöcke, machen diese Spiele noch ein drittes Mal oder ein zweites Mal eher gesagt und oben setzen wir nochmal so einen kleinen Knubbel rauf. Soweit wir das haben, können wir jetzt mal zur anderen Seite gehen, können dann hier einmal die Seite hier komplett schon mal auf 5 Blöcke hier hochziehen. Natürlich ziehen wir das hier auch gleich einmal hier zu und dann wollen wir uns genau dieses Maß nochmal auf der Rückseite langziehen. Das heißt, wir gucken einfach mal so ein bisschen Pi mal Daumen, wie passt das hier? Und dann setzen wir einfach hier wieder unsere, ups, zweimal die Zweierschicht hier hin, woanders Seite immer einen freilassen und oben den Knubbel hin. So, jetzt kommen wir nochmal zur anderen Seite hier. Hier wollen wir natürlich auch nochmal das Vordach ziehen. Hier setzen wir jetzt aber nicht nur 5 Blöcke rauf, sondern 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Also siebenmal glatten Sandstein können wir erstmal hier auf der Seite hochziehen. Aber ich würde sagen, nicht nur auf der Seite, sondern hier auf der anderen Seite können wir ja auch einmal unseren Sandstein zur Seite ziehen. Und ihr könnt wirklich bis hier oben hin, zack, euch das einmal rüberziehen. Das macht nichts, das können wir ruhig machen. So, soweit wir das jetzt geschafft haben, kommen wir nochmal zur nächsten Reihe. Und zwar, sag ich mal jetzt hier vorne am Haus, wollen wir natürlich auch noch so eine Zweierreihe hier einfach mal nach hinten ziehen. Muss ich selber nochmal gucken, wie lange wir uns das machen wollten. Würden wir mal sagen, so sieben Blöcke könnt ihr jetzt hier einfach mal so eine Zweierschicht hier mal ranziehen. Dass es hier so schön abgeht. Und dann ziehen wir das hier nochmal an der Seite rüber. Oh, dass sich das hier miteinander perfekt trifft. So, aber hier auf der Seite könnt ihr das ruhig dann auf eine Viererebene machen. So, dass es hier oben natürlich alles perfekt mit abschneidet. Wir bleiben immer noch bei unserem Block und können hier nochmal bei unserer Garage noch so einen Rand von unseren Blöcken uns hier einmal langziehen. Und die mittlere Fläche hier, die führen wir nochmal aus mit unseren Sandsteinstufen einfach. Und damit die Garage auch gleich tüffig ist, nehmen wir gleich mal unseren grauen Beton und können hier schon mal unser Garagentor reinziehen. Nach unserer Garage geht es jetzt daran, dass wir jetzt Türen und Fenster natürlich auch noch reinbauen. Wir fangen natürlich auf der Vorderseite an. Wir lassen jetzt hier einfach mal eine Reihe Platz. Schlagen mal zwei Blöcke weg. Das machen wir mal auf eine Höhe von fünf. Also zwei, drei, vier, fünf. So. Dann nehmen wir mal unsere polierten Granittreppen. Die setzen wir einmal dahinter. Da nehmen wir dann nochmal unsere Stufen. Setzen die nochmal dahinter. Und können jetzt hier mal an der anderen Seite das hier einfach mal auf die gleiche Höhe ziehen und machen nochmal zwei Blöcke hier so hin. Bevor wir denn noch kommen, unsere Tür uns reinzusetzen. So, daneben würde ich mal sagen, lassen wir eine Bar hier wieder Platz. Schlagen mal hier so ein, ja, zweimal zwei Fenster hier einfach mal rein. Und können mal unsere Stufen von unserem Holz hier einmal oben und unten platzieren. Dann haben wir hier schon mal das erste Fenster. Dann würde ich sagen, machen wir oben. Lassen wir einfach mal zwei Blöcke Platz. Schlagen mal drei Blöcke weg. Da setzen wir unten wie oben dann einfach mal unsere Stufen hin. Und dazwischen nochmal so eine kleine Strebe. Soweit wir das haben, gehen wir mal weiter jetzt hier zu dieser Seite. Wir lassen jetzt einfach, würde ich mal sagen, eine Reihe Platz. Dann schlagen wir eins, zwei, drei, vier. Ja, vier Blöcke weg. Das sollte eigentlich völlig reichen. An den Seiten könnt ihr dann einmal eure Treppen hier platzieren. Und in der Mitte einfach unsere Stufen. Danach kommen wir dann erstmal zur Rückseite. Hier wollen wir natürlich auch noch weitere Fenster und eine Hintertür uns einmal platzieren. Wir fangen unten an. Wir lassen hier zwei Blöcke Platz. Dann schlagen wir drei weg. Machen das auf eine Zweierhöhe. Wir können auch immer gleich mal unsere Stufen da platzieren für das Fenster. Dann lassen wir drei Blöcke Platz. Und setzen nochmal hier ein zweimal zwei Fenster einfach mal rein. Und dieses Spiel wollen wir nochmal spiegeln und zwar darüber. Wir fangen jetzt erstmal bei unseren Dreierfenster an. Dass wir hier rüber so um die zwei Blöcke Platz lassen. Dann setzen wir hier mal so ein kleines Zweierfenster hin. So, dann würde ich mal sagen, lassen wir wieder drei Blöcke Platz. Und setzen hier drüber dann einfach mal so ein, ja, zweimal drei Fenster einmal rüber. Dann wollen wir noch eine weitere Hintertür uns platzieren. Da fliegen wir mal hier hinten zur Seite. Lassen wir zwei Blöcke Platz. Dann schlagen wir zwei Blöcke weg. Machen das mal auf eine Viererhöhe insgesamt. Und dann setzen wir mal unsere polierten Granitstufen hin. Die Tür machen wir im Nachhinein. Und dann machen wir nochmal ein oberes Fenster. Wir lassen oben zwei Blöcke Platz. Schlagen drei Blöcke weg. Und setzen da dann einfach mal unsere Stufen hin. So, wie wir das auf der Vorderseite hatten. So, als nächstes können wir dann schon mal gleich unsere Glasblöcke nehmen. Und die hinter unseren Fenstern einmal platzieren. Soweit wir unsere Glasblöcke platziert haben, schnappen wir mal unseren glatten Sandstein noch. Denn wir müssen ja hier auch noch den Vorbau machen für unser Dach, bevor wir das vergessen. Von daher setzen wir jetzt hier pyramidenartig wieder Schicht um Schicht einmal rauf. Aber halten jetzt statt einer Eiermitte eine Zweiermitte oben. Soweit wir das haben, brauchen wir erstmal wieder neue Blöcke. Und für den Weiterbau brauchen wir gar nicht mal so viel. Einfach nur ein bisschen blauer Zement. Stolpertrag, Haken, holen wir uns raus. Und polierte Steinmauern sind auch noch dabei. Fangen wir dann erstmal an mit unserem blauen Zement. Den wollen wir einmal für unsere Türen benutzen. Das heißt, wir setzen die jetzt hier einfach mal hinten einmal rein. Und können auch gleich nochmal den Türknopf heransetzen mit unserem Stolpertrag-Haken. Das machen wir nicht nur vorne, sondern auch hinten platzieren wir auch hier natürlich noch eine Tür. Soll ja nicht jeder reinkommen bei uns. Von daher blauer Zement hin. Und den Haken ist Türknopf ran. Als nächstes wollen wir natürlich noch unseren blauen Zement nehmen für unser Dach. Ich würde mal sagen, wir fangen auf der Vorderseite an. Ist eigentlich relativ simpel. Wir setzen es jetzt natürlich hier einmal so rauf. Wir können es auch immer gerne einmal gleich überstehen lassen. Sodass wir uns das hier bis zur anderen Seite einmal so runterziehen. Und natürlich auch hier auf der innenliegenden Seite lassen, es einmal nochmal so überstehen. Bevor wir natürlich jetzt zum anderen Dachteil hier kommen, würde ich sagen, ziehen wir dieses Dachteil erstmal komplett das einmal da hinten. Und nicht vergessen, hier ist dann auch nochmal einmal überstehen lassen. Auf der Rückseite fällt dir bestimmt auf, dass wir ja hier, sag ich mal, das ja mit dem anderen Dachteil hier so ein bisschen verbunden haben. Das macht nichts, da wir, sag ich mal, ja hier auch nochmal unser Dach einfach mal raufsetzen. Und da ergibt sich dann einfach, wie das zusammenläuft von ganz alleine. Wenn ihr einfach die Streben hier so nach hinten setzt, dann seht ihr das. Und dann hört das da auch auf. Das braucht ihr dann nicht mehr weiter runterziehen. Das verläuft dann hier miteinander. Den Rest vom Dach könnt ihr einfach dann hier einfach schön miteinander verbinden. Das ergibt sich dann einfach hier von ganz alleine, wie das dann zusammengehört. Das seht ihr euch dann hier einfach mal zurecht. Und immer halt auch einmal überstehen lassen. Das sieht immer ein bisschen schöner aus, als wenn wir das glatt so abschneiden. So. Und auch hier noch die letzte Ebene. Ziehen wir das Dach hier einfach mal zu. Zu guter Letzt wollen wir natürlich noch ein paar Regenrohre uns einmal platzieren. Auf der Vorderseite machen wir das gleiche mal an unserer Hausecke. So. Einfach unsere Mauerstücke setzen wir hier einmal glatt ran. Dann machen wir nochmal zwei weitere Rohre. Eins befindet sich hier hinter unserer Garage. Gleich hier hinter könnt ihr das einmal komplett bis nach oben ziehen zum Dach. Und dann machen wir nochmal ein drittes. Und zwar auf der Rückseite, gleich neben unserer Hintertür. Lasst mal so um die zwei Blöcke Platz. Und dann setzt ihr hier einfach mal euer Regenrohr hier hinten einmal ran. Und somit haben wir auch von unserem Catboy das Häuschen fertig gebastelt. Man kann natürlich immer noch ein paar kleine Feinheiten machen. Wir gucken uns nochmal hier drüben einmal an. Also ihr könnt natürlich noch eure Auffahrt hier einmal ein bisschen pflastern. So um die zwölf Blöcke. Wie gesagt, solltet ihr euch noch vorne Platz lassen. Vielleicht auch noch hier einen kleinen Briefkasten. Kann man ja immer gerne machen. Weiterhin kannst du natürlich dann auch noch deine Fenster verkleiden. Sieht immer ein bisschen besser aus, als wenn du die hohe lässt. Sonst kannst du natürlich auch noch deine Hausfassade ein bisschen verkleiden. Mit Wischen, Bäumchen und so. Vielleicht ziehst du dir hinten auch noch einen kleinen Zaun einfach mal lang. Da kann man sich noch ein bisschen austoben, wie man sich das natürlich gestalten will. Unsere Nachbarschaft ist jetzt natürlich ein bisschen sicherer. Conor kann schon mal einziehen. Natürlich fehlen auch seine Heldenfreunde. Die werden wir in Zukunft auch noch bauen. Aber ansonsten bedanke ich mich vielmals fürs Zusehen. Wünsche viel Spaß beim Nachbauen und dein Haus zu rein. Und tschüss.